Was auch immer in Venezuela passiert, Sie erfahren es bei uns als nächstes sofort. Kevin Kühnert hat heute kräftig vom Leder gezogen und sofort auch den politischen Gegnern damit aktiviert. Darüber berichten wir in der Sendung der Tag. Und wir wollen wissen, was Sie denken. Und deshalb haben wir Sie gefragt und werden um 23 Uhr das Trendbarometer senden. 23 Uhr, der Tag. Bis dahin.